Mit noch Turan. Ja, hallo, Freunde. Mit Firaxo, mit Roku, mit Psycho-Dead. Yeah. Mit Tobi. Ja, mit Tobi. Mit Firaxo. Mit Psycho-Dead. Schmarrer, Firaxo. Ich war Schmierige. Schmieraxe ist so geil. Schmieraxe, der Spierige. Schmieraxe, der Spierige. Unterhalte mit Gärten, Luca. Jetzt schon? Tobi sieht jetzt schon das nicht. Ja, Heißbecker kann gut sein. Ah, geile Waffen hier. Ich habe ein Problem. Wie komme ich hier raus? Oh, raus aus dem Ofen. Wo seid ihr denn? Das wüsste ich auch gern, wo ich bin. Was ist denn eine schickes Fabrik? Ah, Waffen. Mein, mein, mein. Ich habe mir Waxo laufen sehen. Früher in der Jugendzeit meiner 1940er hat man da Menschen reingesteckt, die für uns waren. Oh, Ö, Ö. Das war schlimm, ja. Ach, das erinnert mich ein bisschen an Outlast 2. Ich habe keine Kraft. Nee, ganz wahr. Outlast, ähm. Also, Tobi ist weiter. Outlast 5. Da ist drauf. Oh Gott, jetzt habe ich jemand schon an einem Fass gestorben, oder? Ja, gerade eben. Ich bin hier in einem Raum. Ich ziehe dich nur auf. Ich weiß, dass es nicht. Das Addon meine ich. Das Addon. Ich weiß nur, dass es 2 gibt. Nee, nee, das Addon meint. Ich bestätige mal. Ach so, okay. Ja, ja. Bist du noch? Ah, wo ist die Kamera? Bestimmt, das habe ich mir nicht gespürt. Ah, so kommt man hier raus. Ach so. Stimmt. Ja, ich habe mir eben auch gestorben. Hä? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Wo seid ihr denn? Er kommt aus der Fabrik raus. Äh, das läuft vor mir. Noctura hat sich selbst getötet. Wie ist auf der Straße? Mal wieder. Wie ist auf der Straße? Mal wieder. Oh, es knallt schon. Ich habe 75 HP verloren. Jemand hat mich angegriffen. Keine Ahnung, wer das war. Ich war es nicht. Auf der Straße. Ich habe Angst, dass ich hier sterbe. Wenn ich da runter... Ich war es nicht. Oh, kacke. Du bist noch zu einem anderen Leben. Weil er am Leben. Wahrscheinlich, weil ich nicht danach gelaufen bin. Ja, das ist wahrscheinlich die Dankbarkeit. Moment. Seid ihr irgendwo oben? Der hat sogar auch Belehrungen? Nein, lauf mich! Was? Weil ich bin in so einem Ruheflichtkeller. Echt jetzt? Ach, du bist im Entenraum. 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 Ja, aber ich bin da gestorben. Oh, ist aber ungüßig. Wer ist das? Jetzt bin ich gestorben. Adi wird zu Ende. Oh. Und wie kommt man hier raus, wenn man... und so weiter... Ey! Wollen wir gucken, wer du bist! Boah! Hä? Wie geht's so rum aus, ey? Wird hier wieder auf mich geschossen? Ist ja furchtbar. Was ist denn los hier? Ich habe nur ein Fenster abgeschossen. Ah, okay. Ich komme hier gar nicht raus. Boah. Ja, ich bin hier schon fast. Ja. So einfach ist das gewesen? Ach, da war eine Leiter. Da war gar keine Leiter. Ach, da war ein Fahrstuhl. Das war ein Fahrstuhl, ne? Fahrstuhlbrück. Das war ein Fahrstuhl, ne? Also doch ein Fahrstuhl. Wo ist hier ein Fahrstuhl? Ich finde das toll. Ich bin zu flett. Oh, so Bullshit, ey. Und daraus ist eine Tagespflicht. Oh, hier ist Untergang. Oh, hier ist Untergang. Hier ist schön. Hier bleibe ich. Wer läuft denn da? Wer läuft denn da? Keine Ahnung. Ich bin... ich laufe hier gerade über den roten Platz. Okay. Erstens, guck mal, dass der schießt ihn. Ja, tatsächlich. Ich laufe doch bis rüber. Quincey ist bei mir. Quincey ist bei mir. Ah, Quincey hat gerade auf mich angelegt. Das stimmt gar nicht. Niemals. Ja, der hat mich auch angeguckt. Nein, nein, nein. So mit so einem bösen Blick, das gefällt mir gar nicht. Ich habe immer einen ganz lieben Blick. Das sieht man mir. Guck. Na, guck mal, guck mal. Was? Genau. Taschenlampe ausmachen, bitte. Wie sieht man? Genau. Damit verrätst du dich nur. Mach sie wirklich aus. Echt jetzt? Am Tag brauchst du auch keine Taschenlampe. Hahaha! Was war das denn Grusel? Hilfe, ey. Naja, das wäre echt gruselig. Sag, warum bist du gehört? Ja, habe ich ja gesagt, weiß ich immer nicht. Ihr müsst das nochmal sagen. Und irgendwer, habe ich doch mehrmals gesagt, irgendwer hat auf mich geschossen. Ich weiß aber nicht, woher das kam. Hier wird doch nicht geschossen. Oh, okay. Was ist das? Was ist das hier für eine komische Anlage? Was ist das hier für eine komische Anlage? Das ist ja bestimmt jetzt schon ein paar Minuten her. Oh Gott. Also das ist schon mal. Quincy steht. Okay. Der ist bestimmt im Treterjob. Äh, Treterjob. Äh, er zieht auf mich? Nein. Das sieht nur so aus. Das ist die Perspektive. Hahaha! Warum streicht der jetzt? Ja, geh weg! Ja, geh weg! Ja, geh weg! Was? Nicht was? Geh weg! Ach da! Ach da bist du botchtot! Da oben kommst du hier, geh weg! Äh... Weiß das Film, weiß nur wie es ist. Aber bei der vorne entlang. Ich schaue uns Leute auf und frage mich ran! Da oben! Aua! Du Arsch! Hallo! Na hier! Die umziehen mich! Hilfe! Ich bin gleich tot! Frag mich! Ich bin auch fast tot! Ich komm hier nach wo rein! Hilfe! Wer ist denn da oben? Ich bin nicht hier oben, geh weg! Hahaha! Ich bin nicht hier oben! Ich bin nicht hier oben! Ich war da unten! Ich bin gar nicht hier oben! Ach so! Wie kommt man da ganz oben rauf? Wer lebt da unten? Wer lebt da unten? Wer lebt da unten? Der ist der Broteraum von Tobi! Lebt das noch einer? Tobi, der Broteregelraum! Ich bin auch noch am Leben! Echt jetzt? Wo? Kommt man hier irgendwie rauf? Das ist noch am Leben! Roku ist am Leben! Luca ist am Leben! Äh, was mit Raxo? Ich bin am Leben! Ich bin am Leben! Noch am Leben! Tobi bist du am Leben? Okay! Tobi ist tot! Was? Tobi ist tot! Tobi ist in den Wurzegang gestorben! Ja! Häääh! Gar nicht mitbekommen! Habe ich nicht mitbekommen! Doktura ist auch tot! Oh scheiße! Häh! Genau Doktura ist am Anfang am Fass gestorben! Scheiße! Quintzig! Ich war die ganze Zeit hinter dir. Ja, da musst du echt aufpassen. Hier musst du in alle Richtungen kommen. Du wirst hier paranoid in den Spion. Weißt du? Ich hab seitdem sehr oft Psychiatriebesuche. Ja, das ist ja... Unruhige Nächte, ich weiß. Er ist da hinten. Oh, was ist das? Nein! Scheiße, jemand hat die Regenbogengranate. Das ist die Freundschaftskanone. Die was? Wer war das jetzt? Weiß ich nicht, aber es kommt. Nein, die war Regenbogenkanone. Oh Gott. Ja. Scheiße, ich will wirklich nicht. Die Freundschaftskanone. Okay, Roko, wo bist du? Ich hab keine Ahnung. Bist du Smoker, ist es? Ich war aus dem Gang, ja. Jetzt bin ich echt gespannt, wer ist jetzt? Keine Ahnung. Ja, toll. Jetzt bin ich auch wieder hochgekommen. Ja, aber du bist das schon ziemlich lange unten. Ich glaub dir, wie ragsst du zu hier? Nee, nee, ich glaub nicht. Mach du nicht? Okay, nee, ist mir auf der Straße. Na? Da hab ich schon wieder ein Toter? Ja, wer ist es? Diese Gewalt, wie furchtbar. Oh! Das war dann wohl Roko. Äh... Okay, wer ist denn noch so am Leben? Ach, Tobi, der lebt... Ach nee, der Tobi ist ja tot. Tobi ist tot. Hab ich schon. Warum wird er noch als lebend angezeigt? Hä? Weil mich noch keiner gefunden hat. Dorte! Oh! Hier ist ein Loch im Boden. Hier ist so laut, warum? Jemand hat in mein Ohr geflüchtet. Oh! Ich wurde schon wieder angegriffen. Verdammt nochmal, wer ist das denn? Ach du Scheiße, ich bin traurig. Warum ist hier so laut drin? Was ist denn hier? Ist das eine Verbrennungsanlage? Oder was ist das? Ich habe keine Maske auf. Haha! Oh Scheiße, ich wurde gerade wieder angegriffen. Aber er geht voll daneben. Geht voll daneben. Nee, 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 nee. Ja? Ich hätte gleich sterben. Ich merk das schon. Ah, ich verstehe. Du riechst das schon, ne? Jaja, das ist das komische Gefühl von dem Tod. Scheiße. Oh Gott. Also hier ist mega laut drin. Hier will ich nicht bleiben. Wo brennt das hier gerade? Irgendwas brennt in meinem rechten Ohr brennt es gerade. Oh! Nimm mal den Zirkel raus. Achso, oh! Au! 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 Wer gestürzt? Ich bin gerade runtergefallen. Von einer Leiter. Hä? Deine Lieblingsdinger, ne? Au! Ja. Nimm toll. Hier leider auch. Oh, es ist aber staubig drin. Hm. Kann man hier irgendwas machen? What? Hier kann man nix machen. Was? Oh! Das Tor geht runter. Ja. Oh verdammt. Warum? Na? Ich versuch mal was. Mist. 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 Ja, Luca. Ja. Das ist, wenn man überall rum... Ha! 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 Wer war's denn? Ich. Aber ich war in einem Raum, aus dem man nicht raus konnte. Und auf dem einzigsten Weg raus bin ich gestorben. Oh. Aha. Weil man einfach Fallschatten kriegt. Ach du Scheiße. Glaub ich dir gern. Was denn? Du bist mit der Friendship-Kanone gestorben. Keller heraus auch noch. Rass! Ha! Boah, der knappt schon wieder. Oh verdammt. Das ist nie behoben, Sommer. Wo bin ich denn hier hingefallen? Verdammt. Er hat einfach so eine Stimme, die ich gar nicht verbiegen kann. Wer ich? Nein, du. Ich schon? Oder? Ich bin ganz weit weg. Ich stehe hinten an der Tür und spreche mein Mikrofon. Merkt man das? Du stehst schon an der Tür? Ja. Gott. Ich war sehen. Aber deine Wände sind noch gerade, ja? Nee. 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 Oh Gott, ey. Was ist das geil? Ich war eine bessere Waffe. Das war eine Müllwaffe. Aber meinst du eine Müllwaffe? Mac-Ten. Ich weiß nicht, ich hab auch so einen Scheiß. Ja, Mac-Ten die. Ach. Ich muss ja trotzdem die... Au! Naja, dafür war... Ich bin immer so aufgelegt. Was sagste? Dafür war ich besser damit als du. Was, mit der Mac-Ten oder was? Ja, ja. Letztes sind zwei Kampf. Ja? Kann sein. Ja, ich hatte ja auch die Mac-Ten gehabt. Wo du auf mich geschossen hast. Achso. Sagst du, geh mal da weg. Achso, ja. Ich seh dich ja nicht mal. Ja, aber ich find sie scheiße. Ist da hinter dir. Alter, wo bin ich denn jetzt? Erst roter Raum? Dann grüner Raum? Das wär gestorben. Kacke. Ich nicht. Das war wie ein Fass, ne? Ja. Ach, das Fass ist gestorben. Man kann auch auf die Gasflaschen schießen. Ja, dann viel Spaß, ne? Und dann sterben. Ah, hier, bei mir ist Feuer. Ja. Ist das? Ach, Dorsten. Ah. Was soll ich denn hier machen? Was? Ach, was soll ich denn hier machen? Oh, ja, ja. Was macht ihr denn da? Nicht. Ist so laut. Na? Okay, dann wente... Warum hat er so still gestanden? Alter, ich muss ja mal hier rausfinden. Still gestanden! Still gestanden! So, mal gucken. Warte, ich bin schon wieder in der Stand. Marc, Fass, ich mach'n Fass, Vorsicht! Marc, verfolgst du mich schon wieder? Nee. Überhaupt nicht. Willst du wieder? Willst du wieder? Ich find das so lustig. Was? So cool. Der Dialekt. Der Dialekt. Der Dialekt. Der hat was vom Grum. Roter Raum, grüner Raum. Ja. Ich komm' hier gar nicht raus. Yes. Ja. Wo bin ich denn jetzt auf einmal? In der Hunde bin ich. Oh. Ja, toll. Ah, ich bin draußen. So. Gott sei Dank. Weiß auf Gott. So. Oh, kann man da hinten auch drauf schießen? Boah. Zeigodent verkrimmelt sich in der Ecke mit Viraxo. Nein. Ey, du da. Wer hat denn die Taschenlampe ja an? Sag mal. Noch lauf' ich rum. Sieht ihr mich? Wie komm' ich denn hier raus? Sag mal. Nein. Ich bin hier durch diesen, äh... Durch diesen... Ähm. Geh mal weg. Oh, ähm. Schnauze! Ja, du... Hahaha. Wer hat denn ne Taschenlampe in der Hand? Das ist keine Chance. Hier wird der Stopp dann. Kann man das denn kaputt machen? Jeder hat ne Taschenlampe. Du musst F drücken. Das kann man gar nicht kaputt machen. Geht man nicht, ne? Ne, geht nicht. Sag mal, was... Was ist denn da? Weiß ich... Ich weiß nicht. Vielleicht gibt's denn... Bin irgendwie durch diese Maschine da durchgegangen und auf einmal bin ich schwer. Äh, Thomas. Irak zum. Ach, nein! So! D's! Oh, das war so... Nötig. So. Haut wert. Oh, das war so... Oh, was ist das denn? Oh. Oh, ich werd' mal lieber abbauen hier! Wer war das denn? Das möchte ich auch mal wissen. Ja, ich bin fast tot. Aha! Ah... Wer ist das? Fahr... äh... Am Minister Physik listings. Ach neins. Wo ist der, weißt du das? Das möchte ich auch mal wissen. Oh! Oh Gott, erschreck mich doch nicht so! Ging dann auf die Kacke! Bin ich draufgegangen auf den Schei! Geradeaus in den gelben Häusen! Sag mal, wo ist Penzi? Natürlich! Oh, verdammt! Hass! Hass! Ich hab bloß was gemacht! Was? Nein, das war nicht wahr, Leute! Fuck! Wuko, was ist denn euch los mit dir? Wuko! Glaubt ihr mir endlich, dass Tobi geübt hat? Ist nett! Das seh ich auch, ja! Vor allem, Wuko ist eiskalt! Ich bin davon überzeugt! Ich sag noch, Quincy sind gelben Häusen und ist eiskalt, dass fast da passt! Ich hab da nur fast gemacht! Ich hab da nur fast gemacht! Das war echt! Ich bin durch die richtige Walzmaschine da und auf einmal bin ich im LKW! Ja, und ich bin so nett versucht zu helfen, geh so bescheuert drauf! Und todes... und todesmutig... Jetzt bin ich schon wieder hier unten! Und todesmutig... äh... ... lauf ich wie Rack so entkelen! Na? Mit einer... Ja, ja! Ja, die kriegt's hin im Gegensatz zu mir! So ein Mist! Ja, passiert! Ja, Tomaten ist nur passiert, mein Freund! Ja, stimmt! Ja, das stimmt! Die McTen! Die McTen ist auch toll! Ne, die McTen streut mir zu sehr! Äh, ich bin wieder tot, weil ich wieder in dem Raum war, aus dem man nicht rauskommt! Du! Du! Doch, du kannst daraus! Du musst halt nur aufpassen! Nein, ich bin in den roten, dann in den grünen! Du musst halt ein bisschen Zitz-Zack laufen, um rauszukommen! Oh, was sehen meine entzündeten Augen! Das lässt nichts mit Zitz-Zack laufen, man muss da rausspringen! Zitz-Zack! Ähm... Ich soll jetzt schon wieder in die Obi-Bahn! Also ich... Ich muss hier... Ich muss hier die ganzen Gitter suchen und aufmachen! Warte, ich bin jetzt schon wieder hier! Ja, aber echt? Ja, gut, einmal bin ich jetzt abgestürzt, aber sonst muss ich hier die Gitter suchen und aufmachen! Die Gitter? Auf einmal ist es Roku wieder! Wir sind nicht bei Harald! So! Oh, da ist die Obi-S-Tot! Gitter! Hat man wieder keine Waffe? Doch jetzt! Alles cool, alles cool! Oh, irgendwas hat glaube ich... AAAAAAAA! 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 Der Roku musste sein! Was? Das stimmt gar nicht! Der Roku musste sein! Der Roku musste sein! Komm, da war der Roku, ey! Der Roku hat mich geschossen! Der war am Klo! Weiß nicht, gibt's ein Klo? Ja! Der war am Klo! Der hat auf mich geschossen! Der musste mal! Er hat mich gestört dabei! Es war peinlich! Aber du hast doch... Der hat auf mich geschossen! Ich hab gar nichts gemacht! Ach, da ist mir einer losgegangen! Das Klo war besetzt! Der darfst nicht reingehen! Na! Alter! Ich bin fast gestorben! Warte mal! Macht ihr denn da? Boah, Junge! Was geht denn hier schon wieder ab? Luca? Keine Güte, ey! Ich zähle nur auf den Traitor! Echt jetzt? Boah! Ich glaub es ja wohl nicht, ey! Das ist ein lustiges Ding! Ich hab das gesehen, Psycho! Bitte was? Was? Ich hab das gesehen, Psycho! Deswegen schieß ich auf dich! Aha! Komm da raus! Ist das jetzt safe, dass das ist? Das ist safe! Komm raus, Zverax. Komm raus! Was? Ich hab dich da reingehen sehen. Komm! Was willst du denn, Rupo? Wieso schießt du? Du schießt doch, du Fickzer! Du hast weerst geschossen! Wo hast weerst geschossen? Ich schieß aber nicht mehr, ich binne dir! Ich schieß nicht mehr! Entschuldigung. Also Rupo, Psycho ist es. Abknallen bitte! Du ein Bimbo! Ja, Luca! Du hast recht, die müssen uns abknallen! also auf jeden fall verlass dich auf die anderen was haben wir denn noch was das safe deal ist Luca wir willst sterben ja bin ich schon wieder alleine oder was denn du sind die anderen wo sind denn die anderen dreimal darfst du raten ach so ok warte mal nix machen nix machen ja kein problem willst du sie haben oder was ne 3 gegen 1 ah geil geile sache ach noctura ist jetzt rüber gewechselt auf die dunkle seite auf die richtige seite die dunkle seite ja man kann nicht lesen als Innocenter kann man das nehmen ich wollte grad sagen hey wieso bin ich jetzt mit der Kamera wieder bei mir ja ja ganz einfach der hat sich wieder geholt ganz ehrlich Ruko du Kakerlake wie hast du mich gefunden überhaupt äh ja mit dem mit dem gleichen Werkzeug wie ich jetzt Luca gefunden habe ja haha ja machen wir mal ich mach nicht mit ok na gut keine Muni ok kein Problem alter ja ich weiß doch warum ja 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 Zeiko hat sich gekillt ja ja egal du hast mich verfolgt du hast mich die ganze Zeit angeschossen ja wer hat meine Situation schamlos ausgereizt ja ich natürlich ich dachte ich wär schon tot aber es war eine gute Runde geile Runde ja nur Frank hat uns wieder offensichtlich gemacht und ich habe als Mäuschen zugeguckt naja als Mäuschen vor allen Dingen ja 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 ich hätt gern die Brain Waffe wieder drin Ich hatte die Sniper und ich habe gesehen, dass du hinter dem LKB einen abgeknallt hast. Ja, aber dann hast du aber Glück gehabt, ganz ehrlich, weil das war jetzt... Mich heißt, ich habe Glück gehabt. Ich weiß nur, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Ja, das bist du aber immer, ne? Dass du bist, ich muss nicht zurückgehen. Das ist nicht gut, ne? War das so ein ähnliches wie ein Hochzeitsantrag oder so? Bitte, was hast du gesagt? War das so ein ähnliches wie ein Hochzeitsantrag? Ja, genau. Wat für'n Ding? Genau. Ach du scheiße, bin ich denn hier? Torsten! Torsten! Seine Taschendampe! Ach so. Gute Raumschiffchen. Wie was Taschendampe? Oh, nee, ne? Torsten hat immer seine Taschendampe an. Mirack so. Ja, er hat die Taste F gefunden, oder? Oh nein. Ist das die Taste F? Ich habe gedacht, das ist F für Feuern. Nein. S für Taschendampe. Flashlight. Ja, ja. Oder Fackel. Weiß ja gar nicht, wie ich dann da rauskomme. Oh mein Gott. Ey Leute, ich wundere, dass ich so übellich verletzt bin ich nur von der Leitergebruch. Oh Gott, ey. Wofi macht schon wieder Faxen. 28 Millimeter haben wir gezogen. Scheißleiter. Aber ich komme hier nicht mehr raus. Oh verdammt. Was ist das? Was? 71 HP verloren. Bist du Fan? Ich komme hier nicht wieder raus. Boah, ich... Nein, das ist da her. Das mag ich aber nicht. Ich komme nicht wieder raus. Hilfe. Hilfe! SOS Notruf! Ich komme hier nicht wieder raus. Oh nein. Ich will die... Oh nein, ich will die nicht. Das ist doch wohl Witz. Hier schießt jemand. Ich komme wieder raus. Okay. Das hört sich so nah an. Wo bist du denn? Hier? So nah und auch so fair. We are your Papa Morgan. Jetzt bin ich wieder raus. Oh. Der Schrank hat mich festgehalten. Ich bin unschuldig. Wieso sind die Öfen an? Hast du ein Ju... Äh, nein, Quatsch. Ich bin echt heftig. Ganz ehrlich. Ich hatte ja auch sehr viel Geschichte. Miraksu. Ja. Warte mal, warte mal, warte mal. War das nicht letztes Mal so, dass ich Roku so aufgeregt habe, dass ich hier... Äh, 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 ein, ein... Hallo. Doktora ist bei mir. Doktora ist bei mir. Okay, okay. Ich bin doch gar nicht. Hilfe, 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 Hilfe. Ich bin hinter dir. Auf mich wird geschossen. Was? Ja. Das war Quincy. Doch, ich habe doch ganz hinter mir. Ich bin zurückgeblieben. Oh, was ist denn jetzt los? Oh, da war irgendwas rechts, ne? Ich, ich glaube, Quincy ist Traitor. Der hat mich was getötet. Ich habe nur noch 6 HP. Also der, der noch lebt. Ich habe nur noch 6 HP. Perfirm ihn! Äh... Oh, war, war... Wah! What? Aaaah! Was denn? Alles gut. Wie der sich aufrecht, ey. Nein, ist noch viel Humor dabei. Das weiß ich auch nicht. Ehrlich? Das war falscher Humor. Sowas von, ey. Was ist los? Mau? Sag mal, du schaust auf mich so. Roku, hilf mir. Schau sexy aus, deswegen. Aua. Roku, wo bist du? Jetzt zieh ich. Mitten auf der Straße. Okay, schwierig. Ich zieh dich auf dich, weil... Wer hat dich affiziert? Wer hat dich auf die Straße gesetzt? Ich geh wieder weg. Was? Hier, wie heißt er? Doktora? Und, äh, ich kann nicht mehr... Wie heißt er? Du Sau, ich seh das gerade. Erschieß ihn doch, Roku. Ich hab ihn erschossen. Er liegt vor mir, ich kann ihn nicht mehr... Irgendwas hat sich... Oh, fuck it. Warte. Oh, einen Mellenlauncher, danke. Er war es, ich bin entschuldig. Aber du hast Psycho erschossen. Nicht Doktora. Ich hab... Hier ist doch noch eine Leiche. Hä, Roku bestätigt die Leiche von Psycho. Da ist Doktora, geh hin. Ich hab einen Mellenlauncher von hier in den Ort, also nicht schießen. Was? Ich hab... Also, wenn ich gleich nicht mehr sage, ist es auf jeden Fall, Roku. Und? Und? Nee, konnte ich nicht sehen. Das wird ja nur einmal angezeigt. Ganz kurz, oder was? Also, siehst du doch, Doktora ist tot und der ist rot. Doktora ist tot und der ist rot. Ja, die ist super auf Katz. Sag mal, wer rot ist, wer ist das? Wer rot ist, das ist Doktora und der war Traitor. Also, Luca, die sind safe. Und warum läufst du jetzt hinter mir her? Weil wir safe sind. Alter! Da kommt der Lokomotiv. Alles da, von unten, von unten, von unten, von unten. Der ist unten im Keller. Wer ist unten im Keller? Der andere Traitor, der andere Traitor ist unten im Keller. Es hätte mich jetzt sehr gewundert, wenn du gesagt hast, äh, der ist von hinten. Ja, wer ist denn noch übrig? Das ist mir egal, wir beide sind safe, wir beide sind cool, wir beide gucken jetzt nach, ob der aus dem Keller rauskommt. Find ich jetzt eigentlich auch tot, ne? Ja, äh? Äh, äh, äh? Tja, ja, ja, ja. Definitiv tot sind zwei. Also, confirmed. Da hinten läuft einer, wer ist das, wer ist das? Das läuft doch nicht hier, der muss doch zu uns kommen. Ja bitte, dann weißt du das doch. Du hast eine riesen Waffe in der Hand, ja? Ein riesen Ding! Rechts ist was explodiert! Ja, das ist doch eine Traitor-Waffe da. Das ist Quincy dahinten. Hallo Quincy. Hallo? Da oben ist gerade das Ding runtergegangen. Kauf, Quincy? Quincy, bist du's? Da oben ist gerade das Fenster zugegangen, wo die Leiter ist. Ein Scheiß. Wer hat da das Licht an? Na? Was ist mit Licht an? Da oben, wo die Leiter ist, ist gerade das Fenster zugegangen. Da kannst du auch Bescheid sagen, dass du hinter mir bist, hier fast geschossen. Wieso steht der denn da? Ich weiß es nicht, ich möchte dir das schießen, aber ich traue mich nicht. Jetzt ist er weg. Wie kommt man denn da hoch? Äh, an der Seite. Ich hab ne Tür gehört, ich hab ne Tür gehört. Ja, ich... ne. Hier komm ich nicht hoch. Du musst, äh... Komm mal, ich zeig dir das bei. Oh. Das ist wie Heisi mit dem Versuch, über die Dächer zu springen. Aber hier oben möchte ich nicht sein. Da ist aber das Fenster aufgegangen und zugegangen. Ja, sehr schön. Genau deswegen muss ich da nicht sein. Warum nicht? Weil der Traitor zu uns kommen muss und nicht weh zu ihm. Ach, aber noch nicht! Ach, hier, äh, noch nur, bevor ich es vergesse. Tak, 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 ahaha. Ach, schau. Ich kann da gar nicht rein. Das geht bei mir gar nicht auf. Das ist vielleicht so ein Traitor-Ding. Ja, stimmt. Okay. Ich hab den Kopf gesehen. Quincy? Du hast gerade gesehen? Scheiße, was du da hast. Ich glaub, ich hab hier den Kopf raus kaum Blut gesehen. Ist er jetzt tot, oder was? Nein, ich bin am Leben. Ich seh dich doch. Hier. Oho. Achso. Nee, da kann ich da gar nicht rein. Boah. Du nicht. Sind wir wirklich die letzten beiden? Nee, Quincy ist ja auch noch da. Scheiße! Verdammt, ey! Wer war's denn? Ja, wir war's denn. Ja, wir war's denn. Ja, wir war's denn. Ich hab ja auch gesehen, der war da unten. Das ist okay. Nee, nee. Die Raxo, du musstest da rausklettern. Also, hier an der, sag's schon. An der hintersten Wand musstest du rausklettern. An der anderen Seite. Ja, ja, ich bin da ja auch hoch, aber da war oben das Gitter noch zu. Schmirakse ist stecken geblieben. Ah, Mann. Wer was? Man auch immer klein. Irgendwo kommt diese Kakerlacke raus, ey. Ich schmiert es doch wieder. Och ne, nicht schon wieder Lego. Ah ja, ich mach's doch extra. Ich hab doch extra neue Maps reingemacht. Lego ist cool. Nee, ich hab extra neue Maps reingemacht. Nee, ich hab extra neue Maps reingemacht. Ja, gut. Ja, was denn du? Aber Lego ist doch Kult. Der haben wir doch jedes Mal dabei. Yeah, Lego. Ja, eben, deswegen muss was anderes her. Was ist jetzt los? Warum? Tempel. In drei Minuten muss ich ne neue Session starten. Wenn ich mit euch zocke, hab ich eh immer meinen Spaß. Also, alles gut. Das wollte ich grad sagen. Das muss ich jetzt auch mal sagen. Was? Also, hast du nicht grade noch gesagt, du hast ein riesengroßes Verlangen mich dauernd abzuknallen? Ja, das hab ich aber immer so gesagt. Ja. Was? Was? Geh dich doch auf, du klar. Wer macht dir jetzt immer die Gräufe? Oh. Also, ich muss ja echt sagen, ey. Es ist sehr selten, dass ich Ruko mal vertraue, wenn er so einen Klingel gehandelt hat. Ich hab den gekehlt, der nicht gehen wollte. Das hab ich ja nicht gesehen. Weißt du, egal was man plante, irgendwo kommt Ruko aus der Ecke, ey. Ich stand genau hinter dem, was man verblüfft, dass er auf einmal geschossen hat. Eben hier? Ich war total verblüfft. Ist klar. Ich war total geblüfft, dass er getroffen hat. Das ist genauso wie der, äh, wie Roxo, denk ich mal, den, den bring ich jetzt um. Tobi, wollen wir in den Keller gehen? Dann bin ich in der Nähe und sehe das. Ja, irgendwie immer wieder. Wie der Bindwaden. Ja, ja. Woll ich jetzt gern noch ne Fester, aber was? Ach, Franco, ich hab mich wieder gesehen. Was? Was? Hat sie mal noch ne Diegel für mich? So, Luca ist es jetzt schon, ich weiß es. Ich bin so grün wie der Rasen hier. Na? Ich bin... Luca davon nicht. Ja, immer gefährlich. Abgesehen davon, abgesehen davon. Ist das? Backe, Backe. Backe, Pizza. Der Rucco ist ein Spritzer. Pff, wie Mucke hier, ey. Ist das? Hier, Witsi. Natürlich. Da ist er auch ein Wichsknödel. Da ist er auch ein Wichsknödel. Der Wichsknödel, das hast du an dir dran, Luca. Ja, doch. Backe, 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 Backe. Nein. Tobi hinter mir, ja? Ja, ich dachte nur... Keine Ahnung, Leute. Wir wollten nur... Also, wir wollten nur... Aha. Hier muss irgendwo... Hier muss irgendwo ein Toter sein, ne? Okay. Oder auch nicht. Vielleicht ist er auch daneben gegangen. Oh. Nein, hier ist einer gestorben. Ich habe einen Verdacht. Ich habe einen Verdacht. Kann ich es dir mal kurz erklären? Ja, okay. Psycho, was machst du bei mir? Okay. Alles cool. Psycho, schieß! Oh nein. Alles klar. Ja, Tobi dreht sich jetzt um, ne? Ja, klar. Boah! Was ist denn das zu fassen, ey? Ah, was schreit dir das so... Ah! Ah! Alles cool! Ah! Und wieder habe ich es gesehen. Ich wollte zu viel. Ah! Was? Und wieder habe ich es gesehen. War eine schöne Runde. Okay. Das kann doch nicht wahr sein. Sehr gut, Luca. Wieso? Einer hat noch... Moment mal! Ein Traitor lebt noch! Oh! Du Fixer! Ah! Tobi! So, ein Charme! Das ist schon okay. Das ist sein Vorname. Äh, kann das sein. Hä? Nein! Hä? Hä? Oh! 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 Ich wollte zu viel. Dann hat mich die Nuka gemacht. Ne, ich wollte einfach zu viel. Äh, was hast du mich überhaupt abgeschlossen? Das war so unsichtbar. Mit einer Schrot. Äh? Gar nicht. Das war ein Schrot. Ja, deine... Ähm, Doktora, deine Schrotflinze war... Äh, Schrotflinze war auch kurzzeitig unsichtbar. Äh, ich hatte ne Mac, aber auch egal. Ja, irgendwas Unsichtbares hattest du denn? Ach Nuka, ich wollte doch erzählen, was, äh, das mit dem Alchemieflasche war. Das war Heilung. Hm. Ist doch Heilung? Echt? Äh, Cure. 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 Mhm. Das war aber ne Schwierige. Ja, aber... Boah, ich hätte Tobi zuvorder schießen müssen. Der war so verdächtig. Ja, äh... Ja, äh... Was? Zeig wo? Ich nehm dich jetzt. Ich war beschäftigt mit, glaub ich, Doktura, ne? Ja, ich wollte ich nix mehr machen. Was? Von hinten geholt. Das ist ja wohl klar. Wenn man so viel will... Tobin, ich fies mich dauer gerade. Dann wird man irgendwann bestraft, ne? Läuft sich. Ah, nein. Was? Nein? Nein! Ja, nö. Ich wäre so gerne zu... Was? Was? Ah! Na, was? Wie wen? In den Hinterkopf, nur. Nicht in den... In den Hinterkopf. Nicht in den... Ja, Sampe. Oh, verdammt! Oh! Das war schon... Wieso war das jetzt schon? Wer ist denn jetzt schon tot gewesen? Psycho-Dead? Ja, der Vinci hat mich superschnell gemacht. Der hat sich nicht mal nen Verdacht. Einfach so. Hä? Hä? Was ist das für... Was ist das für Logik? Hä? Äh, warum hast du deinen eigenen Trater-Kollegen gemacht? Du hast deinen Trater-Kollegen gemacht?! Hä? Alles isig gut! Wir waren... Wir waren doch Freunde. Warum es mär's angevorsort... Also... Trater und Trater äh... Brauchen sich nicht machen! Ja, vorbei! Vielleicht ist es... Ok... Jo wouldn't, eh... Oh... Vielleicht wollte er fein raus sein. Ja... Haben wir wieder was dazu Below? Ich hab mich auch sehr gewundert, dass mein eigener Kollege mich gar nicht gewundert hat. Ja, vielleicht wollte er fein raus sein. Kann ja auch sein. Na gut. Ja, das gehört sich auch nicht. Aber lustig. Ich wollte schon in die Kerl gehen und Nuka auflaufen. Was? Nein. Der Roku. Der Roku. Der Daiko. Äh, der Daiko. Der Daiko. Ich bin unschuldig. Ich hab noch ein bisschen kalt gestimmt. Ich hab das aber zu spät gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte gerade schon die Thomas wiedergekommen. Ich bin unschuldig. Tobi ist es. Ach, ich werde so verlieren. Tobi ist es. Tobi ist es. Tatsächlich. Nein, 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 nein. Ich bin unschuldig. Ja, ja. Ah, da ist Tobi, okay. Da ist Quien zieht man. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht mehr im Spiel. Was ist, was ist, was ist? Quien zieht sich da. Ah, wer ist das, wer ist das, wer ist das, Luca? Was ist das, 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 was ist das? Ach, scheiß Leiter. Ist das denn da in der Hand? Okay. Ich höre es euch groß nicht. Ich verstehe ich nicht. Ich verstehe ich auch nicht. Und ich weiß auch nicht, wer es war, aber da hier nur einer war, wo das Geräusch gerade herkam, nämlich du, Salgo. Ich habe ihn nicht dabei gesehen, aber er war der einzige in der Nähe, als die Bimmelbahn losging. Wolltest du auf ihn schießen? Nein, glaube ich nicht. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht. Ich werde auf dich geschossen. Ich war woanders. Leute, er will euch austricksen, ne? Ich glaube, wir wachsen. Er hat ja schon gesagt, er hat ja nicht auf dich schießen, oder? So habe ich auch nicht auf dich geschossen. Ja, ja. Sag mal, Marc, bist du das? Was? Mir kannst du es verraten, bist du das? Mir kannst du es verraten, was? Ich bin grün, ich bin grün, aber ich bin es immer oder, also entweder selbst oder persönlich. Ich schreibe es in den Steam-Chat. Ja, warte, auf den Blick. Marc, schreibst du das mal bitte rein? Oh Gott, zeig mich, was ich dir da geht. Oh, Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wollte mich gerade jemand machen. Ja, im Kindergarten kann man ja nicht sehen, dass da jemand ist. Ja, Quincey. Na? Schi hoch oben, siehst du wie wachst du? Ja, aber wir haben ja einen Zweitritt vor. also Quincy und Psycho hab ich oben gesehen, während der Raketen-Nummer das heißt Tobi muss unten sein, das stimmt gar nicht das ist total gelogen ist das was ist das? hey die versorfenen Rettungsanitärer sind da unterwegs die Schlinger sind da raus Kalt! Endo! ne, geht das nicht, da muss ich in der Hand und die wollen nicht schwingen und der nächste Die Bullen, hau noch! aber echt, oder? die Bullen, hau noch! also ich habe... oh verdammt mich! ouch was ist passiert? ich glaube Quincy ist gerade unter seinen Tisch gerutscht scheiße oh was ist das denn Turtles? oh oh er wurde vom Polizeiwagen überfahren ja schönen Dank da liegt er also Tobi ist schon tot lebst mich denn hier so an? pst lebst gerade einer ins Ohr? pst ich hab keine Ahnung das ging an Quincy oh ha hallo hi alles gut? ja ja wie warst du denn da raus? groß seid ihr Luca? ja 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 du hast du das gehört? Ja, aber ob du triffst aus der Entfernung... Ja, es geht los. Okay, Psycho ist down. Okay, dann ist nur noch Nuka übrig, okay. Dann mach ich sie mal. Jawoll, danke. Ich wusste ganz genau, dass die es war. Die war im Keller auf einmal zu sehen. Da wollte ich sie abschießen. Glückwunsch, Dr. Watson. Du hast einfach auf mich geschossen, ohne dass ich was gemacht hab. Ja, nee, du warst im Keller. Das reichte mir schon. Das reichte doch schon. Du bist immer im Keller, wenn du Traitor bist. Juhu. Ja, tut mir leid, Trinz. Ich hab nur meinen Job gemacht. Ist das nicht so was Typisches? Ja, okay. Das mag man sein, aber ist mir egal. Worauf man im Spiel achten muss, sei nie allein mit jemand anders. Das ist immer gefährlich. Da musst du immer drauf achten, weißt du? Immer besser entweder alleine laufen oder in der Gruppe. Mekka, Mekka liegt irgendwo im Süden. Das ist immer gefährlich. Der Mekka, oh ja. Ich hab, du hast ja einen kleinen Zeh gepackt. Entschuldigung. Ich hab gerade Katjes im Mund. Ich will auch einen Katjes haben. Ich bin es, ich werde nicht umberregen. Falsche Richtung. Warte mal, ich prob es bei ihm durchs Mikro. Ja, warte, klappt. Ich bin schon wieder innocent. Ich bin auch schon wieder innocent. Oh Gott, Luca. TNT fahrt auf das Feuergrad gewesen. Ich wollte mich gerade verbrennen gehen. Was? Äh, wir fallen jetzt bitte nicht mit dem Schiff. Hallo. Irgendwie sehe ich es kommen, dass Ruko, wenn wir im Winter auf dem Schiff sind, dass er dann Last Christmas singt. Nein. Last Christmas. Ja. Achso. Oh, der ist halt beide auf einer Titanic. Ähm, warte so. Ein Automobile, zwei Automobile. Jetzt los. Was ist los? Ich bin hier alleine oben. Hey, das ist aber verdächtig. Ich bin hier sehr alleine. Was denn? Ich bin auch tot. Ich bin gleich tot wahrscheinlich. Ja, ich bin sowieso gleich tot. Das sind mir einfach zu viele Menschen. Ich bin einfach nicht durch. Bobby? Was denn? Boah, leckes Todes. Ich bin, sie hat mich im Visier. Nein. Fällt mir nicht. Nein, ich, ich muss mir das ja alles angucken. Ich bin Lego-Freak. Ah, deswegen. Okay, Ruko wird gerade die Tobe geweckt. Hey, da hast du dir... Hey, da hast du dir... Hey, da hast du dir... Ich hab' zu lange geguckt, ist klar. Ja, ja, aber auch für mich so ein gefundenes Rest. Weil ich direkt den hab' Oh, der Quincy ist alleine. Das ist mir wachs so. Oh, scheiße. Ich war das gar nicht. Wer hat da jetzt gepupst? Äh, ich hänge. Ich hänge. Ich wird geschossen, ich hänge. Ja. Wo hängst du denn? Okay, Quincy ist auch hier oben. Nein. Warte mal, werde ich hier vorbei wie Raxor. Ich bin ja, ich bin, ich bin der Schmieriger. Der Schmier Raxor. Ich hab mich hinter, ich hab mich hinter dir, zwischen dir und deinem Popo, hab ich mich quatsch. Zwischen der Mann und deinem Popo. Okay. Okay. Too much information, aber dankeschön. Oh, 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 oh. Ja. Du bist bescheidbar, so läuft's eigentlich in Köln. Bitte? So läuft's eigentlich in Köln. Der war gut. Du Sack. ich misstraue irgendwie noch dafür habe ich gar kein Verständnis Tobi überhaupt erschieß mich Roku schießt auf mich ok Roku ist es ja ich wusste der hat gesagt Deathringer und da war mir schon sofort klar hier Quint schießt, komm mal her ja ich komm der hat Deathringer tatsächlich an, alles klar hält dich so rein und mit auf den Knochen ich sollte eigentlich gar nicht spielen ich mach ein paar Kniebeuge hier ok also Roku ist im Heimer und zurück auf den Knochen und Wattreter ey, ich bin C-S oh scheiße, ich bin schon wieder hier nein, oh nein schon wieder an dem Auto, ey das kann doch nicht wahr was hat, oh was hat das na klar ich muss mal jetzt reden, ey vielleicht kann ich auch besser spielen wenn ich mal Pause, 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 Pause Pause, Pause, Pause Pause, Pause, Pause weißt du, ich steh unten an der Leite und Roku schmeißt die Leiche runter ja, ich hab eine Leiche da hab eine Leiche und da bin ich hinkgeblieben ja, ich bin unten an der Leite ja, da kommt auf einmal von